Also, das ist Simon von der Comedy-Street. Ich nehm schon die ganze Zeit auf, ne? Aber ich hab nichts zu sagen. Du filmst doch die ganze Zeit. Das ist Simon von der Comedy-Street. Wer? Du? Da! Und ihr kennt die Sendung... Wie war die Nummer? Simon vs. Elton. Plan B und Plan A und Plan B und Plan V. Du bist Plan V. Und Comedy-Street. Und dann so einen auf Erschrottenhut. Dann so einen auf Erschrottenhut. Simon, deine Show ist sehr wichtig. Dankeschön. Ja, das ist sehr nett von euch auf jeden Fall. Wie war das für unsere Show? Sehr gut, sehr gute Show. Sehr gute Stimme. Sehr gute Performance hier, allem Globetrotter-Style. Danke. Sehr gut. Wunderbar. Ja, einen schönen Abend noch, ja? Danke gleich noch. Bis zum. Du guckst. Du guckst. Ich war doch. Ja, das ist einander zu fliegen. Vielen Dank.